Aus dem Nichts steht ein Mann auf, er sagt, ihr beide seid jetzt ruhig. Das war so ein älterer Mann, der bei uns in der Gesellschaft sehr, sehr viel zu sagen hat und auch eine große Respektperson ist. Er sagt, ihr beide werdet euch jetzt die Hand geben. Du wirst seinen Laden genauso wiederherstellen, wie er vorher war und du wirst dich wie ein Hund jetzt bei ihm entschuldigen, weil du seine tote Mutter beleidigt hast, sofort. Der Mann steht auf, er kommt zu meinem Vater, er gibt die Hand, er sagt, es tut mir leid. Mein Vater sagt, küsst meine Hand.